Willkommen liebe Freunde, heute wird es um künstliche Intelligenz gehen und zwar ChatGPT. ChatGPT ist weit im Kommen für die Leute, die es nicht wissen, was ChatGPT ist. ChatGPT ist einst durch OpenAI entwickeltes Tool mit einem sehr tiefen neuronales Netz, bei dem du einfach so wie ein Assistant ihn Fragen stellen kannst und er dir eine Antwort liefern kann. Sei es zu programmieren, sei es um Geschichten erzählen, sei es um Essays, sei es um Masterthesis oder Bachelorarbeiten oder alles drumherum, was dir einfällt. Wir werden aber künstliche Intelligenzen in diesem Video auf die Probe stellen. Ich will mir mit diesem Video eine alternative Geschichte zu verschiedenen Videospielen erzählen lassen und durch künstliche Intelligenz mir Bilder generieren, auch Voices integrieren, die durch künstliche Intelligenz sind und auch die Subtitles, die auch hier kommen, sind durch künstliche Intelligenz generiert worden. Ich werde nichts daran ändern oder irgendwie tweaken. Bleibt alles so, wie es hier ist. Egal ob du hier bist und nicht. Wir werden einfach die Fragen stellen und ich nehme euch mit. Also los geht's. Wer kennt Metal Gear Solid nicht? Eins der ikonischsten Videospiele auf dem Markt. Es ist eine Legende und eine Tragödie, wie das fünfte Kapitel zu Ende ging. Aber wer es nicht kennt, Metal Gear Solid ist eine bekannte Action-Stealth-Videospielreihe, die von Hideo Kojima entwickelt wurde. Die Spiele folgen den Abenteuern von Solid Snake, einem Elite-Agenten, der Mission gegenüber militärischen Bedrohungen durchführt. Die Reihe ist bekannt für ihre tiefgründige Handlung, Charakterentwicklung und innovatives Gameplay-Mechanik. Metal Gear Solid ist ein Klassiker unter den Videospielfans. Und zum letzten Titel der Spielreihe wollte ich ein alternatives Ende haben. Jeet mir ein alternatives Ende von Metal Gear Solid 5. Ein alternatives Ende von Metal Gear Solid 5. Konne, wie folgt aus seien Big Boss kon aus dem Brennenden Mother Base entkommen und sammelt sein Zoldaten erneut um zisch. Um eine neue Basis aufzubauen und seinen Traum vom Militärischen Schutz von Zoldaten fortzusetzen. Venom Snake stirbt bei dem Angriff auf Mother Base. Aber sein Toten und sein ondenken Worden von seinen Zoldaten und seine Familie fortgeführt. Die Diamond Dogs und Dyes aufarbeiten zusammen, um eine neue Zukunft zu schaffen, in der Krieg und Leid ein Ende haben. Big Boss erkennt, dass seine Vision von Militärischen Schutz von Zoldaten und beschleicht sein Leben für den Frieden zu opfern. Dafür, dass es keine Hideo Kojima Story ist, finde ich diese Story einigermaßen ok. Aber es ist nicht weit hergeholt und es bleibt auch in dem Metal Gear Universum. Aber lasst uns mal mit der nächsten Story gehen. Und zwar geht es um das GTA Multiversum. Es gibt 8 Spiele an der Zahl und jede Geschichte hat ihre Höhen und Tiefen. Aber eine Story hat mich am meisten getroffen und zwar die Geschichte von Nico Bellic von GTA 4. Lasst uns mal die Geschichte dazu hören, was ChatGPT zu dieser Geschichte erzählt. Gib mir ein Alternatives und es zu GTA 4. Nico bist leist, sein Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich von der Kriminellität fernzuhalten. Er investiert sein Geld in ein, legales Unternehmen und lebt fortan ein Rehiges Leben. Nico und Roman Beschliesin, ihre Verbrecher für Ganzenheit hinter sich zu lassen und ein neues Leben anzufangen. Sie eröffnen ein, Taxi Unternehmen und Wordener Fallkreisch. Nico bist leist, sich für alle Sehne verbrechend zu rocken und geht auf einen blutigen Rockefeller Zug. Am Ende stirbt er in einem Feuer gefäscht mit der Polizei. Ich habe eine Geschichte gefragt und bekam gleichzeitig drei Geschichten und drei Versionen. Mir hat auf jeden Fall die Version gefallen, wo Nico Bellic und Roman sich vereint haben, um ein Taxi Geschäft zu gründen. Welche hat euch gefallen? Yo, guys, this is the Beast here and I have got a crazy challenge for you. I want you to hit the subscribe button, turn on the notification and leave a comment saying, ah, this is great. If you are ready to join the craziest community on YouTube. Danke bist du bist für den Push des Kanals. Eine Geschichte verkraften wir noch und zwar zu The Last of Us. Gerade wo The Last of Us die Serie im Fernsehen läuft, möchte ich gerne auch wissen, wie es alternativ geendet wäre. Hier aber ohne viel Spoiler. Wer The Last of Us nicht kennt, The Last of Us ist ein postapokalyptisches Action-Adventure-Spiel, in dem der Spieler die Reise von Joel und Ellie verfolgt, die sich durch eine von einer tödlichen Pilzinfektion heimgesuchte Welt begeben. Die beiden Charaktere müssen auf jeden Fall überleben und müssen einige Hürden meistern. Ich lasse mir jetzt die alternative Version von GPT erzählen und wer weiß, vielleicht kommt sie auch in der Serie vor. Gib mir ein Alternatives, Andy Sue, The Last of Us Part 1. Als Ellie und Joel das Krankenhaus erleichtern, wird Ellie zur Behandlung narkotisiert. Doch als sie lauscht, was im Hintergrund gesagt wird, hat sie erschreckende Nachrichten. Die Ärzte sahen, dass es keine Chance gibt, Ellie zu retten und die Wahrscheinlichkeit, den Anki-Virus zu reproduzieren, bei nur 8% liegt. Trotzdem kämpft Ellie gegen die Wirkung der Narkose an und ruft Joel zu Hilfe. Gemeinsam flieh sie aus dem Krankenhaus, doch auf dem Weg werden sie von einem Arzt angegriffen, der Joel erschießt. Ellie verzweifelt und verliert den einzigen Menschen, den sie noch hatte. Ihre Trauer und Schmerz lösen Hormonausbrüche aus, die ihre Antigene zerstören und sie zu einem Runner mutieren lassen. Es ist ein tragisches Ende für Ellie und Joel, die sich durch eine gefährliche Welt kämpften, nur um am Ende auseinandergerissen zu werden. Wir sind jetzt angekommen, dass wir die drei Geschichten gehört haben. Schreibt mir mal in den Kommentaren, welche Geschichte euch am besten gefallen hat und was am besten sich angehört hat. Ich habe extra humorvoll einen Amerikaner, der Deutsch spricht, ausgewählt. ChatGPT ist unglaublich faszinierend. Mittlerweile sind wir in der Lage, mit Robotern zu kommunizieren. Also Terminator, Gip8. Wenn dir das Video wirklich gefallen hat, dann abonniere, es werden hier öfter Experimente geben und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und ciao.